Werner Suppiger von Wallwil Ich wurde von kurzem interviewt und begleitet bei meiner alltäglichen Arbeit. Wir hatten damals in unserem Bauernhaus selbst ein Mäuseproblem. Dementsprechend kamen einen Kammerjäger. Hier gibt es einen Einsatz. Das war eine Wohnung mit 1'000 Bettwanzen in einem Mehrfamilienhaus. Aber schlussendlich nach mehreren Einsätzen erfolgreich der Befall teilgenommen konnte.